Wie sitzt ihr da auf eurem Bildschirm, MrBeckUp99 und... ...FiredMix12! Und ähm, zu allererst... Achso, und wir sind auf dem Kanal von Mr. und Mr. und FiredMix12, wir spielen wieder Terraria. Und zu allererst, bevor das Video losgeht, ihr seht, die Map hat sich ein bisschen verändert, würde ich sagen. Wir haben erst so einen kleinen Teil erforscht. Die wurde auf Lush gesetzt, denn ich Idiot, hab sie auf Small gestartet. Ich ganz allein natürlich, alles ohne Hilfe von Adi, Zwinker. Ja, Zwinker. Ähm, wir haben das jetzt... Ja, haben das jetzt alles neu eingestellt. Und ja. Los geht's. Ähm. Und Adi hat dir direkt irgendwas gesichtet? Nein, genau, warum? Ein Rieblinbau. Aber was kann der jetzt? Ähm. Mach ihn auf! Nein, runter. Okay, wir gehen... Mach runter. Au. Ich will als erster! Okay, meine Tür. Fuck, fuck, warte auf mich! Äh, Geschenke! Okay, warte, ich will kurz reingucken. Da, Livingwood, Verbrauchtholz, Ort, lebendes Holz. Versteh ich nicht ganz. Gut, warte, jetzt werfe ich den Müll erstmal hier rein. Matsch. Dafür nehme ich die Wand. Na, was brauche ich denn nicht? Was ist das? Das kann ich mir anziehen, glaube ich, oder? Was ist das anziehen? Das kommt auch hier rein. Ich werfe einfach ganz viel in die Kiste da. Vielleicht kannst du ja was davon hier rausnehmen. Sieht alles so wertvoll aus, fuck. Oh, ich gehe schon mal. Ich gucke mal, ob da unten noch was ist. Tum. Bauer. Oh, da fällt man tief. Oh, Schurigen! Ja! Hier unten. Oh, scheiße, hier unten ist nichts mehr. War's das? Jo. War's das. Das war's. Oh, das war's. Hast du dieses Levelingwood mitgenommen? Ja. Gut. Ja, hab ich. Rote Team. Jo. Jo. Adi? Ja. Er ist von uns gegangen. Nein, Spaß. Ja? Wir wollen als erstes ein Haus bauen, genau. Rotes Team. Und das auch. Achso, ja. Wir wollen zuallererst, das Wichtigste ist, wir bauen jetzt ein Haus. Jetzt! Jetzt sofort. Nicht wann anders. Und ich hab den Timer übrigens diesmal gestellt. Haha. Komm, wollen wir weiter rechts bauen oder links? Ich hab keine Ahnung, was... Warte, schau mal. Irgendwas ist hier. Was ist das? Scheiß drauf. Ganz normales Holz. Was ist das? Livingwood Wall. Jetzt hab ich das zweimal? Ich bin nett. Ein Skriddle. Ich hab Livingwood Wand und Livingwood Wall. Egal. Jalbe. Allow to apply to slide downwards. Verbesserte Fähigkeit, wenn du die mit Space kombinierst. Was ist das? Was ist das? Und das ist jetzt ein Haus bauen, man. Ja, ich überlege, ob... Okay, wollen wir weiter links das Haus bauen? Direkt am Spawn, da. In der Nähe. Okay. Aua. Warte, ich will jetzt wissen, wie da dieses Scheiß funktioniert. Hä? Ich brauch so einen Abgrund. Ich brauch einen Abgrund. Okay, ich brauch einen Abgrund. Da! Yay! Nein! Gut. Was? Ich hab das 21 Mal. Was? Was ist das? Was ist das? Was hast du? Weiß ich hier nicht. Ach, du meinst Rope. LOL! Ah, nee, das ist einfach nur Baum, oder? Ja, das ist ja was episch ist. Sieht nach Holz aus. Er braucht Holz. Oh, das Leben ist Holz. Was für Mist. Nee, nee, nee. Also nicht direkt am Spawn wegen Spawn Protection, ne? Deswegen weiter links. Genau hier ist das Spawn. Das heißt, wir gehen jetzt irgendwie nach links. Bauen uns irgendwie hier rüber. So, von hier aus, von hier aus, was bauen? Hier, warte. Oh, scheiße. Nein, da links. Was ist das? Was ist das? Ist doch hier drin irgendwie was bauen. Guck mal, hier sieht es doch voll schnick aus. Nein, ich erforsche erstmal was da links ist. Vielleicht ist es sehr schöner. Oh, ich habe Mäßchen umgebrannt, ohne es zu merken. Fuck, wie komme ich hier raus? Fuck, wie komme ich hier raus? Keine Ahnung. Ich bin gefahren. Du hast den Timer, ah ja, er hat den Timer nicht vergessen. Adrian, er hat den Timer nicht vergessen. Was los? Mit meinem schönen iPad von Apple. I, Apple. Ja, das stimmt. Apple. Ich habe auch nichts. Doch, ich habe eine Sache von Apple. Ich fand es früher ein iPod, ich glaube. Fuck, wie komme ich hier raus? Ich weiß nicht. Was machst du da? Ich schwimme jetzt. Komm, komm, ich überlebe das, überlebe das. Jawohl, so läuft der Fisch. Hier ist schon wieder so ein lebender Baum. Oh mein Gott. Scheiße auf die Tron, ich brauche keine Tron. Hey, die links sieht es schön aus. Hey, 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 I am on my arm, Barella. Kommst du? Hey, 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 hey. Das muss jetzt das ganze Fehlern aushalten, bis ich es verliere. Welches Umbrella? Ja. Umbrella, Ella. Hast du etwa gerade ein Umbrella gefunden, oder was? Ja. Ein Regenschirm. Kommst du? Mann, ich habe mich verlaufen. Oh, du solltest einfach nur nach links oben kommen. Ich habe mich nicht verlaufen direkt. Okay, dann baue ich jetzt ein Haus auf dem... Wollen wir auf dem Wasser bauen? Ja. Okay. Ja. Ich weiß nicht, bei mir und Wasser? Obwohl, egal, YOLO. Auf dem Wasser, doch nicht unter dem Wasser. Ja, genau, meine ich. Auf jeden Fall, ich erzähle mal was aus dem Real Life. Das mache ich ja gerne, also nicht so privat, sondern... Und zwar machen wir auf dem Adventsbasar, das hat unsere Schule, so müssen wir. Die das Klasse was machen, also alle zwei Jahre wieder. Und wir sind ja heute Klasse, ich bin Adrian. Ich weiß, Adrian hört sich nicht so an, er hört sich ja bis vierte Klasse an, ich weiß. Halt den Maul, sagt der Richtige. Er hat damit zu kämpfen. Er hat damit zu kämpfen. Auf jeden Fall, äh... Warte, ich muss das verschönern. Ich auch. Scheiße, das geht nicht. Also, okay. Nie mehr weg damit. Auf jeden Fall, äh, machen wir da dort einen Film, wo man gerade einfach alles schneiden darf. Ich! Ich! Ja! Nein. Das ist bisher ziemlich anstrengend. Und das Lustige ist ja, das ist eine AWCHD-Datei. Das heißt, also MTS ist es dann am Ende. Und ich dachte, dass dann alle schneiden, aber Kanteiser Schule verträgt sich nicht damit. Das heißt, ich muss ja erstmal mit einem externen Programm nochmal ein Entgelt... ...nern, was wir dann richtig lange brauchen. Und unser Lehrer versteht das einfach nicht. Wo ist er nicht, Herr Martens? Er ist einfach cool, oder? Ja, ist mir doch okay. Hallo? Ich bin ja niger. Hallo? Hallo, Herr Martens? Hin. Ich? Hallo? Hallo? Hier bin ich... Oh! Herr Martens? Hallo? Hallo? Es reicht! Chill deine Basis! So, jetzt reicht's mir. Genug verschönert. So, ich... Kann ich die Kiste direkt hier irgendwo aufstellen? Die Schneemusik? Mann, ich hab kein Holz, Adi. Ich hab kein Holz. Magst du die Schneemusik lieber als die normale Musik? Darf ich hier mal eine Kiste irgendwo reintun? Gleich. Oh, ich hör, ich hab die Musik aus. Oh. Hör mal nach. Ich baue mal kurz die Eisenbarren. Dann die Workbench. So. Ich hab kein Holz und ich kann kein Holz fällen. Dann baue ich uns kurz ein paar Türen. Ja, Adi, kein Kommentar. Was soll ich denn da zu sagen? Wenn ich Türen baue, baue ich Türen. Nein, ich hab grad gesagt, ich kann kein Holz abbauen, aber ich hab kein Holz. Ja. Pech. Okay. Bin ich fair. Ich kann nichts machen. Ah! Ein Eisleim. Erfne ich. Erfne ich. Eiße Spingsch. Guck mal, ich verbrenne ihn. Ich treffe aber echt nichts. Bitch. Move, bitch. Get out my way. Ah! Oh, oh. Oh mein Gott. So. Ich fühle mich gerade wie im Hintergrund. Ich kann nichts machen. Hm. Hm. Ah, Mama. Ah, Mama. Ah, Mama. Oh, was ist das? Kann ich mich ansetzen? So, jetzt aber. Tür. Tür. Ich will eine Tür setzen. Geht das nicht. Deck mich. Vielleicht. Nein, ich weiß warum. Ich weiß auch warum. Ich brauche so einen Rahmen erstmal für die Tür. Ich weiß auch warum. Ähm, 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 Holz. Ich bin so blind. So. Kann ich ja. Kann man da noch hochspringen? Ja. Okay. Dann kann ich noch eins hören. Ups. Na. Uh. Oh. Oh. Oi. Warte, wenn man jetzt. Wo sind meine Platten? Du Sche. Loil. One hit. Wow. Das war heftig. Hä? One hit. Hä? Hä? Nein. Oh, oh, oh. Au. Oh, jetzt habe ich einen Trank getrunken. Oh. Nein. Verbrenne. Verbrennen. Nein, ich muss. Was soll ich jetzt mit. Ich muss irgendwie meine Sachen abladen. Ich weiß, wie ich helfen kann. Klatsch. Ich muss kein helfen. Das war's ins Wasser gefallen. Was ist das? Fuck. Alter. Mann, es ist du's wiederbekommen. Was? Das ist nur Herz. Das ist nur Herz. Äh, das die 20 Leben auffüllt. Ja und? Ja und? Achso, und du hast das Holzabfliege sammelt. Ja, hatte ich auch vor. Warte, ich kann helfen. Yay. Ach. Ach, ist das schön. Darf ich hier meine Kiste jetzt auf? Machen wir so? Jeder hat seine Seite für seine Kisten? Eigentlich wollte ich machen. Hier unten kommen die ganzen Ambos und so. Und oben die Kisten. Links deine Hälfte, rechts meine Hälfte oder so. Oh, fuck. Sei ruhig. Was ist? Nichts alles gut. So, warum ist hier ein Loch im Boden? Da warst du. Ähm, 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 da. Gut, dass ich den mitgenommen habe. Klopp. Nein, ich habe einen geglissen. Gut, dass ich den mitgenommen habe. Hab ich noch irgendwas an Deko mitgenommen? Ich hab was noch an Deko mit. Guck, pass auf. Einmal hier. Okay. Und das. Okay. Ich stelle mal kurz die Ambosse näher ran. Ich hab noch. Oh, ich hab noch was ein. Hm? Mir Marilla. Ella. Okay. So. Hier. Alter, keine Fallen. Die dachten Schießen. Die schmeiße ich jetzt in den Müll. Guck mal, ich habe einen geschenkt für dich. Einen zweiten Bogen. Wow. Ihr löscht jetzt, Bitch. Amboss. Amboss. Haha. Amboss. Ich habe noch was Dekorationsmäßiges mit. Hm? Was ist das? Verarschen? Ja, klar. Da kommt... Hä? Ähm. Ach, bau mal bitte ab. Okay, ich baue uns gerade... Ich baue uns kurz auf, wo wer seine Kisten aufbauen darf. So. In Seite 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ich habe 21 Holz. Geil. 1, 2, 3, 4, 5. Soll ich hier schon mal eine Wand machen? Also so eine Decke? Ja, kannst machen. Dann habe ich nichts mehr drauf. Andere Seite. Ich bin nicht mehr dran. Nichts ging kröpeln. Fertig. So, dann mache ich uns kurz noch den Abgang. Ich mache noch eine Tür. Ich rette dich, Bunny. Komm rein. Komm. Bitte, komm. Der Schlecht ist doch sowieso gleich. Komm, nein. Eine Frage. Hast du meine Holzplatten aufgesammelt? Bunny. So. Bitte, Bunny. Komm rein. Bitte. Mach dir keinen Drang, aber komm. Ja. 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 Komm einfach rein. Bei uns ist es gemütlich. Voll. Ganz gemütlich. Komm rein. Ja. Na, ich soll lieber aufhören zu singen. Ich singe zu viel. Die ganzen armen Zuschauer. Ja. Ohre. Ohre. So. Jetzt kannst du... Oder? Meins? Bist du damit einverstanden, dass es so ist? Ja. Wir können ja später immer noch was ändern. Hier. Da rechts kannst du selber eine Fakke machen. Ja, jetzt kann ich endlich... Halleluja. Ich mach mir noch so einen Kerzenleuchter bei mir, oder? Halleluja. Oh. Oh. Das kreut das nicht. Oh. Ich glaub ich bin mal gekommen. Da. Soll ich dir kurz drei Eisenketten machen, damit du dir einen Hook machen kannst? Ja. Kettenhook. Ich mach die Hook. Ich mach die Hook für dich, Bitch. Hä? Ich bin der Beste an den Bösen. Was ist das? Eisenketten-Zähnen-Stück? Ups. Ich hab grad Zehnen gemacht. Das ist ja natürlich nicht so toll. Hier. Mach mir was. Draus. Okay. So. Jetzt versuch mal den Haken und sowas zu kombinieren. Kannst du dir jetzt so einen Greifhaken machen? Was kommt? Äh. Äh. Stopp. Wo ist das? Das will ich... Ist das jetzt ein Greifhaken? Nein. Nope. Nein. Nichts. Kannst du dir keinen Greifhaken machen? Nein. Gib mir mal kurz den... Oh, warte. Ich hab keinen Platz. Ah. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Warte. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Hey. Wieso komm ich da hoch? Achso. Einfach gedrückt halten. Ich hab meinen Haken hier noch in der Kiste. Oh, hier. Komm zu mir, mein Schatz. Ah. Da. Endehaken. So, Adi. Einfach ins Inventar tun und einfach... Was? Hast du das jetzt mir gegeben? Ja, an die Wand musst du schon machen. Super. Ich mach's an die Decke. Danach kannst du springen. Ich bin gegen das System. Ah. Ah, das rollt so langsam. Ah. Was? Ja, was? Neu. Klebrig. Campfire. Gelbe Fackel. Oh, jetzt hab ich hier ganz nach unten scrollen. So, jetzt muss ich gucken, was ich brauch. Sternen-Schnuppe. Ich mach mir jetzt ein paar Mana-Dinger. Mana-Kristall. So. Muss ich auch ein bisschen auf seine... Den, ja. Glied rein. Oh! Hast du das Geräusch gehört? Hm? Welches? Dieses Ching. Hm, hab ich nicht aufgepasst. So, Rope hab ich gar nicht so viele. Das machen wir. Klar. Hm. So. Äh. Scheiße, das hier nämlich, hab ich gegen mit. Das brauche ich nicht so drin. Ja, das ist mein Inventar. Das ist ein gutes Inventar. Ne, warte. Klatsch. Ich geh noch in die Mitte stellen. Jetzt hab ich das perfekte Inventar. Ah, noch einmachen. Ja, genau. Ich mach auch so was. Pew. Ich mach so lange die Monster hier. Prologierst du Feuergefühl aus meiner Sicht. Auf. Ey, warte, können wir hier uns das voransetzen? Ja, wir haben gebrochen ein Bett. Soll ich uns ein Bett machen? So, dann darf ich da stundenlang nach oben scrollen. Warte mal, ich beschleunige das kurz. So. E, E, T, T. Nein. Oh, was hab ich getan? Scheiße. Was? Weg da mit. Was ist das? Scheiße. Nein. Meins. Alter. Na, ich geb sie wieder. Chill. Na. Ja, gleich. Ich muss alles rauswerfen. Ich hätt auch lieber die Kiste tun sollen. Ich hab so Glück, man in Metantier. Ich kann das unterschreiben. Was sollte ich nochmal machen? Oh, ho, 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 ho. Bette. Betten. So. Äh, ich weiß es nicht auswendig, wenn man das macht. Egal. Gut, ich brauch jetzt... Wieso funkt sie aus? Ich hab ja mal... Ja, so. Wie machen wir nochmal betten? Was brauch ich? Oh, der sieht das ganz kritisch. So. Hm, links. Ich mach mir auch Verkissen. Pardon, Frau Holz. Das ist meine Erzekiste. Ich hab nur meine Axt. Wie macht man sich denn eine verfickte Axt? Ich kann mir gar keine Axt machen. Äh, du brauchst einfach nur Holz und irgendwelche Rohrstoffe. Und zwar zwölf oder so. Ich hab kein Holz. Ah. Du, zog mir Eskimo. Ich kann den kennen. Dein Eskimo muss gehen. Tut mir leid. Ey, geht zu. Ich brauch einen Tisch. So, kurz den Tisch. Okay, dann muss ich wohl mit der Faust abbauen. Das geht nicht. Hast du Sand? Nein. Ich muss doch das hier erstmal abbauen. Ja. Hast du Axt? Keine Axt? Nein, ich hab gar nichts. Doch, ich hab hier eine Holzhammer-Axt. Aber die geht ja nicht. Das ist ein Hammer. Keine Axt. So. Komm. Komm. Ja. Danke, Adi. Bitteschön. Oh, ein Pinguin. Na, oh. Kannst du mal kurz links in die Wüste gehen und Sand holen, oder soll ich das machen? Mach mal, du. Ich verlaufe mich sonst. Oh, jetzt kann ich mir ganz viel abwarten. Das Wichtigste ist erstmal hier... Ach, da ist ne Axt, da ist ne Axt, bleib hier. Ja, Axt, oh crap. So, jetzt geht gleich ein bisschen in den Holz füllen. Wutthüllen, ja. Wie kommen die hier wieder nach links? Das ist ja crazy. Ich glaube, wir müssen später noch ein bisschen Terraforming machen, weil das ist nicht gerade sehr schön, hier wieder zurückzukommen. Und wie macht man... Was ist der Unterschied zwischen Gold und Holz-Truhe? Gar nicht, ne? Gar keiner hat der. Die Optik, die Optik. Gut. Da kann ich ja das hier machen. Oh Mann. Komm ich durch? Alles muss nur voll sein mit... Ey, Slime, es tut mir leid, aber du kannst hier nicht bleiben. Tut mir leid, Slime. Irgendwie, komm rein! Komm! Schnell bevor, die kommt! Was? Wer, wer, wer? Nichts. Nochmal. Lidor, ich glaube, über uns ist eine fliegende Insel. Oh, das war lustig. What? Glaube du? Fliege... Ich geh... Das wär nichts Neues. Crisscross. Ich glaube, der Death-Counter verändert sich heute nicht. Außer du rennst jetzt wieder grundlos irgendwo rein und stirbst. Ach, oh, BAM! So läuft er vorn. Wenn er was sagt. Nein, ich soll aufhören. Man, aber doch hoch! Oh! Das war mein Skill-Move! Nein! Oh! Äh, jetzt... Haken kann sich für dich loslassen, Konke. Was ist das? Schwacher als... Egal, Yolo. Das schaff ich schon. Babu ist das neue Jugendwort, wusstest du das? Was? Babu ist das neue Jugendwort. Das ist nicht schon voll alt? Tschabu, wissen wir, wer da Babu ist. Babu, Babu, wissen wir, wer da Babu ist. Wie lange noch? Wie lange noch? Äh, wir haben jetzt genn... 20 Minuten jetzt. Was war das? So, komm, ich hervorstell die Welt. Wie, 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 sie mir überfällt. Ich halt mal auf, wenn du schlägst, Mann. Ich hab mein Umber-Rail. Das sagst du die ganze Zeit, aber du kannst es sowieso nicht lassen. Genauso wie in der Schule. Ha, ha, ha. Obwohl ich nicht singen kann. Ho, ho, ho. So. Oh, warum regnet es schon wieder? Außer wenn ich mal ein Umber-Railer raushol. Um, Umber-Railer. Und nachher gibt's so'n Kick. Fulls-Beile so. Ja, weil du... Rehanna, Music, Vevo. Schlechte Nachmache. Beleidigung des Künstlers. Hihihi. Boah, das wär richtig mies. Es wär doch die Wahrheit, Ruf. Aber nein, das kommt nicht auf den Beat. Sonst ist es nicht... Ne, doch, das kommt nicht. Auch auf die Textkotz an. Aber das ist ja freier... Ach, scheiß, doch. Was, wo bin ich eigentlich immer? Ich weiß nicht, wo ich mich immer reinquate hier. 77 Sand. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber das muss wohl erst mal reichen. Ich hab's gut. Oh, jetzt hab ich nen scheiß Pilz gegessen. Fisch. Alter, Haken, lass mich los. Was bist du für das? Flying... Flying... Vieh. Flyingfisch. Mein Fisch. Mach ein Fisch. Oh, ne. Weißt du, was hinten ist? Hm? Sehnt sind diese hässlichen Köpfe im ungeziehten Seelenfress. Warte, wie heißen die? Seelenfress, da heißt es nicht sogar. Kommt doch her! Oh, fache. Ach, du bist in der Corruption. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wieso? Was machst du hier einfach... Was machst du schon in der Corruption? Ich seh nichts. Ich seh... Das war die eigenen Innereien heraus. Okay, dann muss ich doch den Deathcounter wieder verändern. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Du bist gestorben. Oh, okay. Oh, cool. Ich war einfach da. Und dann war überall dieses... Weckschmeißen. Seelenfresser. Du, Adi, die sind gar nicht mal schwach. Die sind gar nicht schwach, diese Dinger. Die sind sogar verdammt stark. Unbesiegbar. Ja, die? Ja. Was? Die sind doch nicht unbesiegbar. Doch. Ich sage schon. Ey, wenn ich nicht dagegen ankomme, dann aber wohl keiner. Spaß. Wo stellt man das nochmal her? Wir brauchen doch einen Ofen. Ich such gerade, wo man Glas herstellen kann. Ach, wir haben gar keinen Ofen. Ja, deswegen ja. Wir brauchen einen Ofen. Ja, kein Wunder. Ich habe ja schon einen Stein. Ich habe ganz viele Steine. Geh mal, geh mal. Geh mal. Ne, ich will das selber machen. Ja. Ich suche aber, wie man Glas macht. Geh mal hier bitte wieder. Nein. Ich wollte aber den Rest wieder haben. Hallo, Fisch. Oh Mann, das rollt so langsam. Nein, nein, Fisch. Fisch, komm. Freund. Kein Wort. Nimm mal, tötet mein Fisch. Töte nicht mein Fisch. Tschüss. Du hast Hausverbot. Ich sperre dich aus der Welt aus. Was dagegen? Ja. Komm nicht zu nah. Geh mal einen Rest. Ah, du sammelst ja alles auf. Geh mal einen Rest. Ofen in die Mitte. Das da reden. Wo ist ein Amboss? Hier kannst du alles haben. Ich habe keinen Amboss. Hier kannst du alles haben. Ich gehe mal in Steine wieder, wenn das möglich wäre. Ich bin noch nicht. Ja. Gut. Stein, Stein. Na, das ist Schnee. Ich bin nicht dein Müllheimer. Doch. Jetzt schon. Da musst du lang. Ich kann auch. Ich kann auch. Ich kann auch. Oh, gut. Egal. Hm. Lass meinen Kopf mal nachdenken. Mann, ich habe schon Hunger. Was soll ich essen? Hm. Mama! Nein, Spaß. Wie stellt man ein Glas her? Ich habe doch meinen Sandblock. Ach so, oh, im Ofen. Ups. Oh, ich brauche noch. Ich darf auch nichts so Spaßfurtartiges essen. Was bringt mir Rüstungsstatue? Mit den Statuen kenne ich sie noch nicht so gut aus. Wir haben irgendwas mit dem Hartmau zu tun. Was? Also, nicht, dass ich fett bin, aber ich bin so unter mir. Auf jeden Fall. Äh, ich will nicht so viel Fastfoodartiges essen, weil ich ein bisschen auf meine Gesundheit achten möchte. Cholesterin. Das habe ich gar nicht mehr, Mann. Ich weiß. Falsche Unterstellungen! Ja. Nein, ich bin Hochglanzsportler. Das hast du dir, ne? Ich bin Profisportler. Ich verdiene damit mein Geld. Deswegen. Mhm. Spaß. Ich verdiene damit das ganze Geld aus der Welt. So, wie lange haben wir, Ari? Warte, warte. Tada! Oh mein Gott! Das ist fucking awesome. Gut, wann banken wir die Folge? In vier und halb Minuten. Wow. Können wir heute nicht ein bisschen Kürtel machen? Ich habe schon gehört, dass du dich kurz gemutet hast. Nein, es hat nichts damit zu tun, aber ich möchte ein bisschen Rücksicht auf dich nehmen heute. Nein, denk dran. In einer Nacht schaffe ich es. Because of you. Warte mal, ich will gerade jetzt mal einen Hintergrund machen. Dafür brauche ich aber ein bisschen Glas. Was? Was wollen eigentlich diese Glase? Oh, 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 oh. Alter! Ich bin in meinem Inventar. Ich habe nicht... Ah! Pfff. Ich sterbe ja. Alter. Am... 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 Schade. Ah! 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 Stört. Wollen wir zum Ende der Folge uns noch einmal betteln? Nein, ich will erst mal kurz fertig sein. Glaub mir nicht alles, Alter. So, ich mach mir jetzt mal, glaube ich, ein neues Spiel. Hm. Das ist die Schüsse. Die Schüsse. Die Schüsse. Die Schüsse. Die Schüsse. Bestie Schüsse. Die Schüsse. Was laberst du? Die Schüsse. Und meine Entscheidung. Die Schüsse. Die Schüsse. Oh, ich schaff das, Abi. Bestie Schüsse. Bestie Schüsse. Das kann aber so schwer sein. Ich bin gut in Englisch. Bestie Schüsse. Bestie Schüsse. Bestie Schüsse. In my life. Nein, warte. Bestie Schüsse. Na, ich schreibe es in Chat. Nein, nein, nein. Nein, warte. Ich muss es... Oh, es ist so dunkel, ich sehe nichts. Ja, ich... Hä, ich habe es falsch geschrieben? Die Schüsse. Die Schüsse. Entscheidung. Die Schüsse. Bestie 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 Schüsse. Oh, mein Gott, ist das geil. Guck dir mal mein Schwerd an. Nicht. Okay. Nein, rede. Nicht. So, jetzt brauche ich meine Holzwände zu Ende. Dann noch meinen Hintergrund verschönern. Und so, Hintergrund. So, ich gehe mal ein bisschen Holz fällen. Ich brauche Holz. Ich mag Holz. So. Ah, nicht viel oder so. Darf ich deinen Hintergrund auch gleich mitschmücken? Nein. Okay. Redig so. Dann wieder grüppig. Nein. Das war ein bisschen fies. Okay. Adi, du setzt gar nicht auf nachhaltigen Dings da. Braumwuchs. Doch, habe ich doch. Denk. Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Wo ist mein Hammer? Mein Hammer. Da sind doch die Setzlinge am Versuch. Hix in dem Outfit. Hammer. Einzig. Tick. Unglaublich. Hammer. Du meinst es? Oh, ich soll aufhören. Ich kann mir keinen Hammer machen. Aber. Und das ist. Endlich. Endlich. Ich kann Holz herstellen. What the fuck? Du kannst Holz herstellen? Nein. Häh. Ich kann mir keinen Hammer machen. Wie macht man doch mal einen Hammer? Ich bin verwirrt. Häh. Iiii. Ah, dieses Hintergrund. Er ist so hässlich. Meiner ist viel schöner. Du hast gar keinen. Ich sprieß. Mann, kannst du mal bitte meinen Hammer zurückgeben, den ich dir einmal gegeben habe. Bitte. Gib mal bitte meinen Hammer wieder. Bitte. Bitte. Schnell. Ja, guck in meine Kiste. Oh. Du musst in meine Kiste gucken. Du kannst auch sehen, ich werde nichts aus der Kiste rausnehmen. Mein Hammer. Mein Hammer. Juhu. Den will ich zurück haben. Bis 2 Uhr morgens. Den hab ich dir mal gegeben. Den will ich zurück haben. Bis 2 Uhr morgens. So. Dein Hintergrund ist echt schön. Ein paar Risse noch drin. Ja, Mann. Mir läuft's. Oh, er macht mir nach. Gar nicht. Ich mach's schön als gut. Mit dem Holz. Iiii. Fenster. Da muss ja jeder dich durch deine Tür sehen. Ach. So, jetzt hält's noch. Kann ich mal beim Schlafen stalken. Komm jetzt. Trot, trot, trot. Skrot. So läuft das. Seid ihr nicht über Aktivität und so? Nein. Doch. Ich bin nicht über Aktivität. Du bist über Aktivität. Ya. So, ich schenkirch mal was von dieser Flasche hier. Die Flasche. Oh, ich solltiel mal ein bisschen die Kisten. Und nachdem ich sie fertig sortiert hab, beenden wir. Okay. ich hasse unaufgeräumtes inventar der platz reicht nicht für sortierung aus dem sie keine schilder ja das ist mir das egal ich lerne das immer auswendig wo habe ich noch immer noch nicht nur vorbild das komisch mit auf die und er gibt ihr als vor spiel danke 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 noch irgendwas an ihr was wichtiges vergessen unser haus ist und feier gesundheit ich habe noch nicht genießt das ist kaputt gemacht wir waren teil monstern oder kommt jetzt kommt jetzt ein max baby müde damit die sich ich höre nur wenn du dich entmute ich höre nicht wenn du dich mutter ich muss noch mal die zwei minuten over time aber auch nur weil ich hier noch sozieren will weil ich habe und weißt du diese scheißegal weil bei mir dauert sich lang aber bei dir ist doch kack ich habe sorge um dich aha gut das ist fertig so von mir aus okay wenn es euch gefallen dann könnt ihr eine positive wert unterlassen ich würde sagen bis zum nächsten mal